Sie und Greim müssen sobald als möglich aufbrechen. Fliegen Sie zu Dolmitz. Teilen Sie mit, er soll alles veranlassen, um Himmler seiner verdienten Strafe zuzuführen. Mein Führer, Ritter Greim und ich haben beschlossen, hier mit Ihnen in den Hut zu gehen. Ich danke Ihnen für diesen treuen Beweis. Aber Himmler muss sterben. Er hat Verrat geübt. Ja, und ich hatte recht, ihn nicht in meine Pläne einzuteilen. Mein Führer? Ja, glauben Sie, deine schaue Tatenlost zu, bis diese Judenschweine mich abmorgsen. Dies alles ist Teil eines gigantischen Täuschungsmanövers. Ich habe den Feind tief ins Reich eindringen lassen. Er wähnt sich bereits als Sieg, aber Sie werden sehen, Greimler. Es wird ein böses Erwachen geben. Der Ernitz mobilisiert den Norden, Kesselring im Süden. Wir werden den Feind in einer riesigen Zangenbewegung zerquetschen. Zugleich falle ich dem Russen mit drei Armeen, die bei Prag bereitstehen, in den Rücken. Ich hatte ja keine Ahnung, mein Führer, dass wir noch über derartige Reserven verfügen. Ich habe Vorsorge getroffen, dass Ihnen, Greim in Kürze, tausende modernen Strahljäger zur Verfügung stehen. Damit können Sie die Luftwaffe wieder schlagkräftig machen. Man muss knien vor ihm, Genie, mein Führer. Und vor dem Altar des Vaterlands.